Großbritannien, zerrissen durch den Brexit. Stefan Gödde reist in ein gespaltenes Land. Die EU kann uns nicht alles vorschreiben. Der Brexit ist keine Lösung. Mir fehlt im Augenblick leider die Fantasie, wie das wieder zusammenfinden soll. Doch auch viele EU-Bürger sind betroffen. Wenn es einen harten Brexit gibt, müssen wir uns schon noch überlegen, wie der Firma macht es noch Sinn, es zu betreiben. Die Uhr tickt. Inside mit Stefan Gödde. Wie der Brexit ein Land spaltet. Sonntag, 19.05 Uhr.